Was macht ein gutes Leben aus? Wenn wir alle Perspektiven haben, wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen und frei gestalten können. Wenn unser Planet auch morgen noch lebenswert ist. Dafür engagiert sich die KfW nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die KfW Entwicklungsbank fördert und begleitet im Auftrag der Bundesregierung und der EU-Kommission Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern, gemeinsam mit Regierungen und Partnerorganisationen vor Ort. Die KfW-Tochter DEG finanziert in diesen Ländern vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. So können sie sich erfolgreich entwickeln, für lokale Wertschöpfung sorgen und Arbeitsplätze schaffen. Mit maßgeschneiderten Finanzierungen zu Marktkonditionen begleitet die KfW IPEX Bank deutsche und europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb. Sie trägt damit zum Erfolg der Exportwirtschaft und zum Erhalt von Arbeitsplätzen im In- und Ausland bei. Unser gemeinsames Ziel? Lebensbedingungen verbessern. Weltweit. Gemeinsam unterstützen wir den Aufbau einer funktionierenden wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur. Wir sorgen für Beschäftigung und ermöglichen gerade auch Frauen den Start als erfolgreiche Unternehmerinnen. Wir fördern die Energiewende und helfen Menschen und Ökosystemen bei der Anpassung an den Klimawandel. Wir bekämpfen weltweit Armut und tragen dazu bei, dass Menschen Zugang zu Bildung und Gesundheit erhalten. Wir setzen uns für den Schutz der Ozeane ein und fördern Alternativen zu Plastik, damit unser Planet wieder sauber wird. Wir finanzieren unternehmerische Investitionen, Exporte und Rohstoffimporte. So stärken wir auch die heimische Wirtschaft und sichern Innovationskraft im Inland. Gemeinsam mit unseren globalen Partnern arbeiten wir täglich daran, unsere Zukunft für uns alle ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig zu gestalten. Damit wir alle gut auf einem Planeten leben, der auch morgen noch lebenswert ist. Und es auch bleibt.